Ich mein, die gibt plus, maximales Mana, bei um 40 erhöht. Achso, okay, die kommt doch nicht nur bei Nacht. Oder hast du die... Oder hast du jetzt nochmal so einen Ball eingesetzt, Sandra? Nee, hab ich nicht. Weiße. Däumen wir ganz oben auf die... Okay. Fight. Weiße. Bringt sie zurück. Haben wir keine Potions mehr, womit man zu... zu Freunden kann? Nein. Aua. Ich kann dir gleich noch eins geben. Ja, ich hab meine alle in die Kiste reingeschmissen. Wieso? Können wir mal machen? Zwei Decken links, zwei Decken rechts? Ja, aber hier lag so viel Gold, deswegen wollte ich das haben. Also, ich komm hier wunderbar zurecht. Ich hab ein Trick herausgefunden. Das ist nice, super. Easy, rechts ist safe. Okay, dann mach ich die Türen zu und setz mich hier einfach in. Sandra, wir brauchen nichts mehr machen. Ich will mir den Trick aber angucken. Moment. Moment. Achso. Ah, cool. Ich brauch kurz das zu essen, nimm's gleich. Ähm, äh, ja. Ey, glaub mir nicht meine Arbeit hier. Die müssen schon rankommen. Ja, ich guck mal wegen dem Dach und so. Ja, ich mach mal hier die Tür zu. Ich liebe diese Sense, ne? Die ist so Wahnsinn. Hoffentlich gibt's davon eine High-End. Das ist mega cool. Ja, wenn es so eine High-End-Sense gäbe, die richtig viel Schaden macht, das ist schon Wahnsinn. Ich mag die richtig gern. Mit diesen Effekten. Weil die kommen hier never ever vorbei. Da können noch zig Millionen kommen. Oh, drei Goldmünzen, schön. Also gehen wir gleich in den Dschungel, ja? Ja. Okay. Oh, weh, da gibt es dann nicht das Erz. Ja, bitte. Magst du Baumkuchenspitze? Äh, ja. Perfekt. Ähm, ähm, sag mal, wofür brauchen wir denn, ähm... Wofür brauchen wir eigentlich die Titanium-Hacke? Was können wir damit abbauen? Alles. Ja, was heißt denn alles? Wir kennen doch, äh, nix. Hört recht. Ja, also, wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es über dem Titanium-Ohr eh nix mehr. Aber damit baut man halt nochmal schneller ab. Wie, Titanium ist Ende? Ich habe das Gefühl, wir haben das Spiel so viel durch. Nein. Wir haben das Spiel noch nicht ansatzweise durch. Näh. Ja, aber wenn uns jetzt nur noch so ein, zwei Erzsorten fehlen... Mhm, und irgendwie kann man zehn Bosse, elf Bosse, zwölf Bosse? Ja, okay. Können wir die jetzt nicht angehen? Wir machen. Ja, aber haben wir eine Chance, oder? Ach, ne, doch. Kommt noch. Klo, Füt, Ohr. Kann man damit abbauen. Okay. Willst du, dass alles einsam im Wasser liegt? Nee, was weiß ich, warum ich hier rumgeier? Ja, dann go. Geier, du. Geier, du. Geier, du. So, es ist vorbei. Ja, schön cool. Ich habe sogar drei Banner bekommen. Was hast du bekommen? Drei Banner. Tolle Karte. Oh, wow. Hm, ich kann jetzt mal viel mitmachen. Erstmal verkaufen. So, ja dann. Ja, cool. Wenn wir das noch die anderen Kugeln machen, dann sind wir reich. Ich will sogar erst mal sagen, wie sie... Was? Nee, nee. Ich hätte Bock auf den Dschungel, deinen Boss zu besiegen. Ja. Mensch, wo wir jetzt... Wo wollten wir jetzt hin, Marcel? Dschungel. So ein Zufall. Genau, ich mache jetzt eine Koboldrüstung. Aber ich habe halt keine Tränke, ne? Auch du wolltest mir einen geben, ne? Ja. Was für eine Rüstung hast du gerade, Sandra? Ähm, Moment. Die Meteoranzuggedöns. Ja. Bitte. Ja, dank dir. Ja, cool. Ich habe gleich schon wieder eine neue Kugel bekommen. Nein. 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 Äh, ich habe eine Koboldbrustplatte. Aber nicht aus irgendeinem Geschenk bekommen, oder? Nee, die habe ich von dir jetzt. Ja, siehst du, da ist jetzt nämlich nicht Magieschaden drauf. Hat Marcel die Falsche jetzt gebaut, oder was? Da, um 9% erhöhte kritische Magie-Chance, Treffer-Chance. Die ist gut, den nehmen. Bis. Der Set-Boni. Aber die anderen, da ist nichts mit Magie drauf. Du musst die gesamte Kobalt-Rüstung anziehen, damit du den Set-Bonus kriegst, ne? Achso. Ja, aber ich wollte dann... Ich dachte, da ist es... Ich dachte, da ist es... Ich dachte, da ist es... Ja, okay. Oh, okay. Ja, gut. Wie viel kriegst du jetzt dazu? Ähm... Um 14% reduzierte Mana-Nutzung und 26% Verteidigung habe ich jetzt. Oh. Ja, dann... Oh stimmt, ich habe weniger Abwehr jetzt. So, dann auf zum Dschungel. Ich habe auch schon Bett und alles vorbereitet, damit wir da immer wieder spawnen können. Ja, Moment, ich muss nochmal eben ein bisschen lagern. Hättest du denn mal so? Ihr wolltet es alles sammeln. Geht man eigentlich nicht oben lang? Hm? Ich weiß nicht, warum wir nicht ganz oben lang gehen. Wo ich oben vielleicht noch ein paar Viecher töten kann, wenn ich jetzt oben lang gehe. Das ist die Bomkuh, ne? Die Magier sind richtig gemein. Wie sind die Übel hier, die Magier, jetzt da im Chirurg. Ja, komm einfach rüber. Ich lauf unten. Oh, du läufst auch oben lang. Oben ist vielleicht schneller. Na so. Ne, ich bin jetzt unten. Geht du unten lang? Da habe ich nicht dran gedacht. Der Dschungel ist in der Ecke weg. Sei langsamer. Tschüss. Tschüss, Marcel. Tschüss. Sand hat übrigens gesagt, das ist Wasser, ne? Hm. Das ist ganz bestimmt Wasser. Das ist ganz bestimmt keine Slime-Pistole. Nein, nein. Ach so. Tschüss, Marcel. Jo, jo. Tschüss, Marcel. Hast du ein Movement Speaks ges- Tschüss. Tschüss. Wieso bist du so fack- Wieso bist du fack- Tschüss. Tschüss. Oh Gott, mir hat dieses Glückshofeisen gerade den Arsch gerettet. Normalerweise wäre ich jetzt tot gewesen. Was siehst du, wir sind schneller als die? Ich bin schneller als die alle. Wie? Wer hat den längeren? Jo. Und weh, da gibt es dann kein Erz. Wir kommen Spinnen entgegen? Das ist schön für dich, Marcel, dass du PvP aktiviert hast. Solange ich das nicht auch mache, bringt dir das rein gar nichts. Ne, ne, ich wollte eigentlich nicht. Ich wollte gerade gucken, eigentlich so, ähm, was ich mit mir getan habe. Und dann habe ich den Patienten in den Linkse gedrückt. Ja, dass wir uns doch immer nachts auf den Weg machen müssen, ne? Ja, irgendwie. Nein, wir sind ja bei Tag losgelaufen. Eben, das Wechselschwein. Schuhen und steig auf. Oh nein. Oh nö. Oh nö. Was ist das? Auf dem Mond? Da fühlen sich Schwingen von tief unter. Oh nö. Oh nö. Müssen wir jetzt zurück und das Haus verteidigen? Oh ja. Ne, echt jetzt? Echt? Oh ja. Der nächste Boss kommt gleich. Okay. Ja, immerhin. Das mit diesen Schwingungen von unter, das kann nur ein Boss ankündigen oder ein nächstes Event. Und glaubst du nicht, dass das von Blutmund kommt? Nein. Blutmund hatten wir ja schon mehrfach. Ja, Blutmund ist aber auch, eben. Ja, das ist nicht gut. Naja, gucken wir mal, was kommt. Also eigentlich müssen, wenn die ganze Nacht über nichts kommt, dann warst du tatsächlich wegen dem Blutmund, aber normalerweise ist dieses... Oh, ist ja richtig Party. Schwingungen tief unter. Raus hier! Und da... Oh, was ist das denn? Keine Ahnung. Ich will es doch nicht wissen. Na, warte, komm mal links neben das Haus, bitte. Ja, die machen aber hier die Tür auf. Ja, warte. Jetzt nicht mehr. So. Der zerstörer! Der zerstörer! Oh, 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 oh! Oh mein Gott, flieg! Was ist das denn für einer? Oh, ja, jawoll. Schön drauf da. Boah, der hat 80.000 Leben? er geht mit den ap wahnsinn dadurch dass wir 400 leben und alles haben dadurch dass wir existieren die gehen ja hoch hier diese komischen dinge ja das hast du so einfach klar schießt mit deinen lasern du dummes ding ja klar schießt noch ein bisschen ich bin tot das habe ich denn so viel gold eigentlich hier dabei kann den schaffen muss zu sandras haus und hier oben jawohl wir dürfen alle im bett schlafen ich gehe jetzt durch vielleicht nicht hier drin warum musste denn genau so durch die plattform dass wir nicht ein eigenes zimmer haben irgendwie dann ist blöd ja das ist gut weniger als 80.000 ja nein nein oh mein gott ja sicher 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 ja ihr müsst jetzt überleben ja ja easy ja genau ja wir sollen mal hier oben hochkommen easy amon mach keinen scheiß ja was heißt hier macht keinen scheiß was soll ich machen klar ausrichten wie hackt den boss hier um alter hier blöden scheißogen vor allem natürlich haben wir dazu noch blutmond ja das heißt ja ich bin tot die sind doppelt zu stark oder so ne ich bin tot Marcel überlebe der hat sie überleben oder was du bist der letzte ja komm 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 lass mich leben ich habe auch die schwachen heiltränke das ist richtig blöd ja ich habe gar keine habe ich während des kampfes gemerkt ok Sandra lebt ich lebe auch wieder 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 ja genau mach dich hier nur ein bisschen klein die sind zusammengehalten ich habe mich verknotet ich lebe auch so schlecht aha du darfst bürtet ihn ja wieder tot im haus kämpfen ist schlecht äh ich spawne gleich übrigens er ist tot er ist weg oh mein Gott oh Gott ist der Loot wow hat jemand von euch den Loot? wo ist der Loot? ich habe keine Ahnung ich habe ein bisschen was aufgesammelt überall wo seine Leichenteile sind und da könnte Loot kann Loot sein was habe ich denn jetzt bekommen 18 Hellout Bars 39 Seelen der Macht holy shit hier ist ein Clown auf nem Ball ja aber hey ich habe mein Zimmer wieder für mich Bildsabend wie einfach alle Bewohner tot sind aber die kommen wieder oder? ja aber die sind wirklich alle tot es hat kein einziger überleben 准 es ist wie leise es ist wie leise